Hallo und willkommen zu einer kleinen Angespiel-Serie von Off-Life-in-Land. Ein kleines Aufbau-Survival-Spiel, was am 2. April 2024 in den Early Access gehen wird bei Steam und wird von einem kleinen Studio gemacht, oder besser gesagt, ich glaube, ein Entwickler hat damit angefangen und hat noch ein bisschen Zuwachs bekommen und der hat jetzt ein paar Jährchen dann entwickelt. Das Coole ist am Spiel, dass das alles simuliert ist, also wirklich jedes Tierchen, was auf der Map rumläuft, ist halt wirklich da. Ja, und naja, wir werden dann auch später im Spiel sehen, wie die Population von Tieren ja auch mal abschwächt oder wieder steigt oder über den Winter zum Beispiel nicht rüberkommt. Und wir versuchen, da ein kleines Dorf aufzubauen und halt zu überleben und nicht zu verhungern. Wir haben das gestern schon im Stream angespielt, so fünf Stunden lang und sind dann an den Punkt irgendwann nicht mehr weitergekommen. Mal gucken, ob wir heute ein bisschen anders bauen können. Und ich peile mal so zwischen fünf und zehn Folgen an. Das ist ja gerne mal eine halbe Stunde, wenn wir das ein bisschen zusammenschnibbeln sozusagen und einen richtigen Cut immer machen, dass wir ein bisschen weiterkommen werden. Das Intro habe ich mal hier an der Stelle geskippt. Ich werde gleich noch ein bisschen was zu erzählen oder das vorlesen, wenn wir das Szenario anfangen, was wir haben. Wir werden hier einmal ein neues Spiel starten und hier haben wir halt das Szenario kehrzogen. Und ja, da können wir dann einmal loslegen. Ich hoffe, die Musik für euch ist okay. Ich nutze einfach jetzt gerade die In-Game-Musik. Normalerweise spiele ich die immer hinterher im Video ein, dann kann ich noch ein bisschen regulieren. Aber im Stream war das, glaube ich, okay. Ich hoffe für die Aufnahme auch. Ja, dann fangen wir mal an. Die Iliane von Kerzofen, die begrüßt uns hier. Ah, gut, dass du da bist. Ich habe dich rufen lassen, weil ich eine wichtige Aufgabe für dich habe. Die Lage im südlichen Teil des Kaiserreichs verschärft sich rasant wegen der rasanten Bevölkerungswachstum stetig. Es wird immer schwieriger für das einfache Volk. Die Höfe werden durch die Erbteilung immer kleiner, werden die Steuern gleich hoch bleiben oder sogar steigen. Neues Land kann nur begrenzt dazu gewonnen werden durch Rodungen oder die Erschließung weniger optimaler Gebiete. Selbst im Adel gibt es mehr und mehr nicht erdbeberechtigte Nachkommen. Wir sind Kerzofen, eine der größten Ländereien des Reiches. Noch haben wir keine großen Städte und ertragreiche Dörfer und sind deshalb unbedeutend. Das möchte ich ändern. Ich schicke dich in den Norden, erschließe die Region. Sei weise und sieh zu, dass es den Leuten an nichts fehlt. So werden neue Siedler zu dir stoßen. Und wenn du ihnen und ihren Sitten offen und anständig begegnest, werden sie auch bleiben. Ja, hoffen wir es mal. Errichte ein gemeines Zentrum, um deine Position in der Region zu festigen. Achte aber auch auf deine Vorräte, denn der Sommer ist schnell vorbei. Viel Glück, ich zähle auf dich. Ja, das ist unsere Mission. Vorweg, wir haben wohl auch einen Karten-Editor. Und ich pausiere mal hier kurz. Und können dann auch neue Karten wohl irgendwie machen. Wir müssen, ich kann schon mal eigentlich eins vorab sagen. Ich habe nur so Spielerfahrung, deswegen versuche ich das ein bisschen erklärend hier zu machen. Dieses ganze angespielte Video. Und wir haben hier, wenn wir M drücken, haben wir so eine Übersicht. Das sind auch Ortschaften, mit denen wir später handeln können. Oder wo wir sogar noch ein zweites Dorf bauen können und intern handeln können. Also selber nochmal steuern können. Und das alles ohne Ladezeit, das ist eigentlich ziemlich cool. Die Grafik, wie ihr so seht, ist in einer Low-Polygon-Optik. Also das ist hier so ein Grafikstil. Kennt man wahrscheinlich von ein paar anderen Spielen. Ich habe das UI ein bisschen hochgedreht für euch auf 120%. Weil ich fand 100%, also Standardeinstellungen waren ein bisschen klein für die Schriften. Ja, und gehen wir mal direkt hier drauf los. Ich habe in meinem Stream, habe ich hier gebaut, in dem Tal. Ist vielleicht auch ganz cool, aber vielleicht gehen wir woanders hin. Weil ich habe mir überlegt, vielleicht diese Ebene hier zu nutzen und hier was zu bauen. Dann lassen wir ein bisschen was anderes machen und gucken, ob das hier eine gute Idee ist. Denn da haben wir dann hinterher eine Mine zum Beispiel, wo wir besser hinkommen. Da haben wir nicht so große Wege. Die Karte ist, wie man sieht, hier auch begrenzt. Also die ist nicht endlos oder so. Aber die ist schon mal ziemlich umfangreich, kann man sagen. Und wir müssen gucken, wir kommen nicht überall auf diesen Felsen hoch. Wir haben hier überall so kleine Wege. Da kann man dann hinterher hochlaufen. Man braucht nicht unbedingt Wege, damit die sich drauf bewegen können, die Bewohner. Sondern die laufen auch querfeldein. Aber dann können sie, glaube ich, auch drauf schneller laufen. Auch über Wasser kommen sie normalerweise einfach so drüber. Und wir haben zehn Bewohner. Wir sehen hier oben das Interface. Wir können auch die Bewohner einmal aufrufen. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch. Das sieht so klein aus da oben. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das eine gute Idee ist. Wobei, hier kommen wir runter. Ich muss gerade noch ein bisschen gucken. Ich finde den Wald halt hier ziemlich cool, dass wir hier echt viel Holz haben. Ist schwierig. Platz ist immer so ein bisschen Mangelware. Aber ich würde mal sagen, wir versuchen vielleicht hier so ein Dorfzentrum zu bauen. Und dann hier irgendwie runter zu gehen mit Feldern oder so. Mal gucken, ob das funktioniert. Gleich wird es ein Fail. Keine Ahnung. Aber wir schauen uns das mal an. Wir haben am Anfang des Spiels, hier seht es rechts, eine kleine Art Tutorial. Da können wir uns dauernd orientieren, damit wir es abarbeiten. Wir sollen nämlich das Baumenü öffnen und ein Gebäude platzieren. Ich würde jetzt mal anfangen mit einer Holzfäller-Hütte. So ein Forstplatz heißt es hier. Wenn wir kurz rüber gucken. Ich glaube, mein Bild hier unten sitzt ganz gut. Da sollte ich nichts im Interface verdecken. Und jetzt können wir hier so einen Holzfällerplatz bauen. Wir gucken mal, dass der Weg da an der Seite ist. Die Bäume werden halt so grün. Also wir haben ja so einen Einzugsbereich heißt es, glaube ich, normalerweise. Da sehen wir alle Bäume, die grün werden. Die sind jetzt in diesem Einflussbereich davon. Die sind dann sozusagen fellbar. Ich setze es einfach hin. Ich habe es jetzt auch mal eben gedreht, wie das Tutorial sagte. Das sind alles so Standard-Sachen. Wir haben hier oben auch ein paar Wege. Da können wir jetzt auch die Wege ziehen. Wie gesagt, ist nicht notwendig. Ich finde es natürlich immer schön, wenn wir Wege haben. Und ich entpausiere mal das Spiel, damit die Bewohner laufen. Ich kann die nicht direkt steuern. Das kann man vielleicht von ein paar anderen spielen. Die sind komplett autark sozusagen und machen dann nur die Bauprojekte und ordnen sich dann zu, je nachdem, wie man sie einteilt. Und wir brauchen jetzt erstmal die Sachen, die auch vorgegeben werden. Wir brauchen einen Forstplatz. Wir brauchen eine Sammlerhütte. Wir brauchen ein Gartenbeet und einen einfachen Steinmetz. Und was hier nicht steht, aber was wir auch brauchen, die Leute brauchen natürlich ein Dach, wenn man kommt. Und das können wir dann natürlich auch bauen. Und ich habe gesagt, die Häuser wollen wir hier bauen. Ich werde aber mal mit dem Weg anfangen, dass wir den Weg, müssen wir gucken, hier fortführen. So. Der Weg kostet übrigens nichts außer Arbeitszeit. Also wir brauchen ja keine Steinchen oder so, zumindest nicht der einfache Weg. Und ja, ich will, glaube ich, bis hierhin gehen. Und die Häuser bauen wir gleich da. Weil ich will den wilden Weizen da vielleicht ein bisschen mitnutzen. Gucken, ob das mir so gelingt. Wir haben Frühling, wir haben auch Jahreszeiten im Spiel. Aber wir fangen frisch im Frühling an. Und ich schaue mal eben, dass wir den Steinmetz auf jeden Fall noch hinbekommen. Weil wir müssen gucken, wir haben da zum Beispiel 263 Steine. Das heißt, wir können den Steinmetz einfach jetzt hier hin platzieren. Die Pfeile bei diesem Gebäude, die sind immer da, wo der Weg oder wo zumindest die Leute hinkommen müssen. Also das darf nicht zugebaut sein, das darf jetzt nicht so gegen die Wand sein. Hier würde es teilweise eigentlich nur funktionieren. Aber jedes Gebäude hat da unterschiedliche Verbindungen. Ich habe ja auch unten so schnell Knöpfe sozusagen, wo ich dann einfach hier schnell den Weg auch ziehen kann. Ich muss nicht immer ins Bauminium komplett rein. Hier sehen wir schon, hier haben wir, glaube ich, einen toten Rothirsch. Da brauchen wir erst die Jagdhütte. Das ganze Spiel ist so aufgeteilt, wie soll ich sagen, in T-Stufen. Also in Tierstufen, wie man so gerne sagt. In Römisch 1 bis 5 bisher. Ich glaube, das geht hinterher noch weiter, weil die Bewohner haben noch weitere Bedürfnisse. Und wir müssen Bedürfnisse der Bewohner erfüllen, das zeige ich euch gleich. Und dann steigen wir auf in die nächste Stufe. Und dann haben wir neue Bauoptionen, also die Jagdhütte etc. Ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Was die Zeit angeht, ihr seht schon, die Bewohner schleppen hier schon Holz und bauen die Sachen. Wir können hier beliebig oben spulen. Können wir hochspulen auf dreifache Geschwindigkeit oder noch höher. Dreihundertfache Geschwindigkeit läuft auch super. Kann man auch als Maximum hochdrehen, dann verfliegen aber die Tage. Müssen wir mal gucken. Da spielen wir gerne ein bisschen mit rum. Normalerweise lasse ich es so auf dreifache Geschwindigkeit dann laufen hinterher. Am Anfang gehe ich ein bisschen runter, um euch die Sachen zu zeigen. Auch ganz vorweg, wie gesagt, ich will das ja so ein bisschen für euch nicht zum Durchspielen machen, sondern so ein bisschen vielleicht als Starthilfe oder um euch einen Eindruck zu geben von dem Spiel. Wir haben ja wirklich alles simuliert. Also wenn ich auf so Bewohner mal klicke, dann sehen wir hier, das ist die Sylvia. Wir können die auch umbenennen. Und es gibt eine Twitch-Integration, falls ihr auch streamt. Dann werden Leute, die im Chat schreiben, automatisch, wenn Nachkommen kommt, also wenn Baby geboren wird oder wenn neue Siedler kommen, dann werden die automatisch benannt nach diesen Leuten im Chat. Und die können dann auch Emotes machen oder Twitch-Emotes werden automatisch im Spiel umgewandelt. So Emotes, die dann über die einzelnen Personen dann aufgehen. Das ist ziemlich cool. Eine coole Funktion. Und ansonsten ist aber alles hier krass simuliert. Also wir haben hier Nahrung sozusagen, also eine Art Hunger. Wir haben Wasser, also Hydration für die Bewohner. Die haben eine gewisse Energie, also schlafen, ob sie ausgeruht sind oder eher nicht. Dann haben wir hier, wie sie so, was für Reserven sie haben. Ob sie ein bisschen pummelig sind, weil es denen sehr gut geht. Oder ob sie ein bisschen abgemagert sind. Die normale HP haben sie wohl 80. Ich glaube ein bisschen unterschiedlich, je nach Alter. Und ob denen kalt oder warm ist. Und das Zuhause. Das Zuhause, pausieren wir nochmal kurz. Das ist in der Natur. Das heißt, sie haben noch kein Haus. Und das wollen wir natürlich verändern. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall hier Häuser. Und wir brauchen aber auch noch eine Sammlerhütte. Die Sammlerhütte, die ist dafür da. Wir sehen schon was in grün sammeln. Dass wir hier Sachen pflücken können. Unten haben wir hier noch krasse Beete. Das heißt, wir könnten hier theoretisch eine hinstellen. Dann können die... Moment, guck mal eben. Ich glaube, so bauen wir den Weg leider zu. Das heißt, ich baue die mal so, glaube ich. Ich baue die mal so. Dann können sie hier die Sträucher erstmal leer sammeln. Vielleicht bauen wir gleich noch eine zweite Sammler. Na ja. Ich baue die erstmal dahin. Ich mache auch den Weg noch davor. Ein bisschen optional. Die können noch ein bisschen übers Gras laufen, glaube ich. Und... Habe ich das jetzt richtig gemacht? Oder haben wir die gerade draufgestellt? Mal gucken. Kann sein, dass ich den Weg gerade zubaue. Das wäre nicht so gut. Ich reiße die nochmal ab, bevor die was reinbauen. Und ich werde noch einmal die Hütte leicht versetzen. So. Das gefällt mir besser. Und dann werde ich hier... Auch wenn der Strauch weg geht. Werde ich dann hier nochmal einen Weg, glaube ich, machen. So. Dann haben wir den Strauch abgenommen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wenn wir bauen, wir reißen direkt Bäume und Sträucher ab. Falls wir die brauchen. Ja. Wäre es eine feine Sache. Dass wir die eben nicht wegreißen. So. Jetzt haben wir Sammlerhütte bald noch gebaut. Dann brauchen wir noch ein Gartenbeet. Und dann sind die ziemlich glücklich, glaube ich. Das heißt, Beete würde ich mal hier machen. Dann sind wir vielleicht noch im Einzugsbereich von der Sammlerhütte. Und wir machen hier ein langes Beet lang. Da habe ich ein bisschen am Gucken. Weil ich bin am überlegen, ob ich die kleinen Hütten nicht hier hinbaue. Weil die passen hier noch wunderbar hin. Ja. Schwierig gerade. Oder wir machen gleich noch eine neue Sammlerhütte. Und dann da die Sachen hin. Ich gucke erst mal. Wir machen hier. Wir haben nämlich hier auf Pflanzen Felder. Die haben übrigens keine T-Stufen. Das heißt, wir müssen auch hinterher erst mal Nadelbäume. Oder generell Bäume. Wir haben Obstbaum, Palmen, Laubbaum. Wenn wir selber pflanzen, kostet uns nur ein paar Samen. Die wir dann auch durch die Landwirtschaft bekommen. Genauso wie, dass wir auch Wiesen, also Gras irgendwie wieder hier hinpflanzen müssen. Ich mache es einfach schon mal. Damit wir halt so ein bisschen Feldfrüchte oder so bekommen. Oder so ein bisschen Wiesensachen. Und wo ist unser Feld? Da haben wir nämlich ein Weizenfeld und ein Gartenbeet. Wir sollen ja ein Gartenbeet bauen. Und ich habe gesagt, ich wollte hier ein kleines Beet bauen. Dann machen wir es mal hier hin. Gucken, ob die Sammlerhütte gleich noch so weit kommt. Und dann machen wir natürlich einmal Wohngebäude. Und zwar Strohhütten. Und die haben ein Slot. Wir brauchen fünf Stück. Weil ich habe zehn Bewohner. In einer von den kleinen ersten Hütten. Da passen zwei Leute rein. Das heißt, wir brauchen fünf Stück. Damit jeder ein Dach über den Kopf hat. Und ja, das läuft jetzt mal ein bisschen. Ich drehe mal die Geschwindigkeit jetzt auf fünfmal hoch. Oder sogar auf zehn. Damit wir hier ein bisschen weiter kommen. Wie gesagt, ich versuche mehrere Teile natürlich zu machen. Und dass ich euch heute ein bisschen was zeigen kann. Wir haben hier natürlich einen Tag-Nacht-Wechsel. Die müssen auch schlafen gehen. Habe ich auch vorhin schon kurz gesagt. Wegen Energie. Und ja, wir müssen ein bisschen oben auf unsere Sachen achten. Wir haben hier einen Wohlstand. Das heißt, wir verdienen auch später Geld mit Handel. Das kommt aber erst ein bisschen später noch. Und dann haben wir hier. Wir können jetzt aufklappen alles. Dann haben wir hier die Nahrung. Reicht für zwei Tage. Was hier eingelagert ist. Da haben wir tatsächlich hinterher gestern im Streamen unheimliche Probleme. Wir sind gerade so über die Runden gekommen. Aber die Nahrung ging unheimlich schnell weg. Wir sehen auch schon hier. Hier ist das erklärte. Tagsbedarf beträgt circa 10 Megajoule oder 2400 Kilokalorien pro Person. Bisher war das, glaube ich, ungefähr immer fix. Ich weiß nicht, ob das hinterher auch so ist. Je nachdem, wie die ausgelastet sind von der Arbeit. Das ist natürlich so die tägliche Ration. Aber ich sage mal so, wenn einer wenig arbeitet, dann bräuchte er eigentlich nicht so viele Kilokalorien an Nahrung. Aber ich glaube, darüber wird gerechnet. Dann haben wir hier Futter. Das sind eigentlich so Rohprodukte. Wie rohes Fleisch etc. Die Nahrung, die man verspeisen kann. Dann haben wir hier Wasser. Und wir haben hier unsere Rohstoffe, die wir bisher haben. Wir sehen, wir haben Stöcke. Wir haben rohes Holz. Und wir haben Steine. Dann haben wir noch hier Textilien sozusagen. Da haben wir gerade noch nichts. Das kommt gleich noch hinzu. Und jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Wenn ich mal hier weiter laufen lassen und hier fleißig am Bauen sind, wie ihr seht. Wir haben nämlich eine Art Prioritäten-System. Und bei unserem Holzfällerlager oder Forstplatz, wie es hier heißt, da ist die Priorität so gemacht. Er soll so lange Bäume fällen, bis wir 10 hier intern auf Lager haben von den Baumstämmen. Dann soll er Äste sammeln. Dann soll er Pilze sammeln. Kann man alles abschalten hier. Und ich kann das halt verstellen. Also ich könnte jetzt die Priorität von Ästen auf erste Stelle setzen. Und dann sammelt er erstmal Äste, bis das hier voll ist. Maximum ist 10. Ich kann es hier weiter hochdrehen. Ich kann es runterdrehen. Und sobald wir 10 oder mehr haben wie hier, dann hört er auf, das zu sammeln. Da haben wir auch gerade eine Aufgabe erfüllt. Und hier ist das Personal. Das ist fest eingestellt. Da müssen wir auch mal ein bisschen gucken. Die Leute können auch mehrere Jobs annehmen. Und das wird dann ein bisschen knifflig. Und wir können Verbesserungen machen. Also wir können auch sagen, beim Forstplatz, wir wollen jährlich 8 rohes Holz hier reintun sozusagen. Das heißt, jetzt wird glaube ich erstmal Holz reingesammelt. Und dann haben wir wirklich für ein Jahr haben wir das dann erfüllt sozusagen. Das sind dann natürlich so und so viele Tage. Ich glaube 26 Tage sind das. Und dann haben wir hier plus 20 Lagerkapazität. Das gilt auch für andere Sachen, die ich aktiv schalten kann. Nur wie gesagt, wenn man jetzt Äste zum Beispiel benötigt, dann wird die Sammelgeschwindigkeit erhöht. Für ein Jahr. Das können wir bei jedem oder fast jedem Gebäude können wir sowas anwenden, um halt Vorteile daraus zu bekommen. Wie gesagt, kostet nur ein bisschen was einmalig. Und dann immer jedes Jahr, um das aufrechtzuerhalten sozusagen. Finde ich, ist es wert, genau 27,7 sind es sogar. Und jetzt können wir nämlich hier höhere Kapazitäten haben. Jetzt haben wir hier 30er Lager, nicht 10 Lager. Sehen wir auch schon direkt, hier kommt wieder Holz zusammen. Und ja, dann geht es gleich erstmal in Ästen weiter. Und wir brauchen, ich drehe mal die Geschwindigkeit wieder auf zweifach runter, damit unser Tag nicht wegrennt. Wir brauchen für die Baustellen, die wir hier noch haben, brauchen wir natürlich ein gewisses Holz. In dem Fall brauchen wir Gras. Und Gras kriegen wir nicht durch den Forstplatz, sondern durch die Sammelhütte. Und das ist halt so, dass Getreide auch Gras, also man könnte jetzt sagen Stroh, auch ausgibt. Und das können wir auch verwenden, also zum Beispiel um die Dächer zu decken und so weiter. Dafür ist es da. Gras ist hier zum Beispiel auf der untersten Position. Ich gucke gerade mal, wir müssen den Namen noch ändern, was wir gerade an Optionen haben. Das heißt, ich könnte hier das Gras, weil das gerade wichtig ist, hochdrehen, dass ich das über die Früchte setze. Und der versucht, die Priorität hochzusetzen. Wo kriegt man Gras her? Man sieht ja schon die ganzen Sträucher wurden abgeerntet. Hier sind noch Blätter drin. In den Wiesen, da haben wir zum Beispiel zwei Gras. Hier haben wir auch nochmal ein Gras. Das Problem wird sein, dass wir das Weizen von da hinten brauchen. Ich gucke auch nochmal, wenn ich das hier anklicke, das sind übrigens die Pfade, dann sehen wir schon, unsere Beete, die werden nicht alle bewirtschaftet. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir auch hinter hier Weizenfelder hinmachen. Wir können hier, hier haben wir zum Beispiel Gras, ne? Hier haben wir noch Wiesen, das sind sozusagen wilde Wiesen mit 39 Gras, 40 Gras. Und das heißt, wir könnten eigentlich hier wunderbar noch eine Sammlerhütte hinstellen. Ich gucke gerade mal, wie ich es mir den Weg mache. Ich glaube, den Weg mache ich mal so. Und dann bauen wir einfach da eine Sammlerhütte noch hin. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ja, machen wir mal so. Ja, ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Oder ich baue das so. Ja, wir machen das mal so. Ja, weil Platz ist schwierig. Also die Gebäude hinterher brauchen auch gerne mal vier Blöcke. Und ich weiß noch nicht, wie das hinter meiner Stadt, die ich hier bauen will, klappt. Vielleicht hier oben ein bisschen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Schauen wir mal. Aber ich wollte mal was anderes versuchen, ne? Ich wollte nicht wieder... Also eigentlich ist es, glaube ich, gedacht, dass wir haben hier auch schon einen Weg. Und wir haben auch hier noch Brote und Wasser. Da bedienen die sich auch noch dran. Da müssten wir eigentlich noch hin. Ich glaube, ich kann das nicht abholen lassen, ne? Hier sind noch Früchte drin. Die sind uns aber auch angerechnet, ne? Also die gehören schon dazu, auch wenn sie hier rumgehen. Es gibt kein direktes Lagergebäude. Aber, wie gesagt, das können wir vom Start her auf jeden Fall noch einmal nutzen. Und wir werden hier auch noch runtergehen, keine Sorge. Also ich werde das auch noch nutzen. Aber, ähm, ich bin mir gerade noch nicht sicher, genau wie. Also vielleicht machen wir auch oben die Felder. Und wir gehen jetzt mit dem Hauptdorf doch hier runter. Das könnte ich mir auch noch vorstellen. Das wäre hier, weil wir haben ja hier sehr viel Weizen. Aber auch da könnten wir... Ich mach mal den Weg. Den zieh ich mal hier ein bisschen durch. Dann zieh ich den schon mal hier rüber. Damit ich so ein bisschen Orientierung habe für mich. Guck mal, ich mach den einfach mal... Komm, wir machen den einfach schon mal so. Da haben wir ja schon mal hier so einen Weg gebaut. Bei den wilden Weizen können wir nutzen, bevor wir unseren eigenen Weizen machen. Erstmal für das Gras und natürlich auch für die Getreidekörner, die wir dann weiter verarbeiten. Und da sehen wir auch schon ein bisschen was. Weil wir sollen vor Schutz und Kälte und Witterung sollen wir hier was basteln. Und zwar Feuerholz und grobe Tücher. Denn wir haben natürlich eine Produktion auch im Spiel. Denn wenn ich jetzt mal hier auf Bauen gehe und hier auf diesen Amboss, dann sehen wir Produktion. Da haben wir in der ersten Stufe einfach einen Backofen, für Brote zu backen zum Beispiel. Und dann haben wir hier eine Handdrehmühle. Wir haben aber auch rudimentären Schneidertisch und was wir bauen sollen, den Sägeplatz. Denn hier wird dann Holz klein gehackt sozusagen oder klein gesägt und zu Brettern gesägt, verarbeitet und zu Brennholz. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und das könnten wir theoretisch, wenn wir wollen, auch direkt hier neben den Forstplatz eigentlich bauen. Und dann haben wir einen kurzen Weg auf jeden Fall. Baue ich hier hin. Und für die Tücher, da geht auch Gras wieder um rein. Da werden dann hier Tücher gewebt sozusagen. Das mache ich mal hier hin. Weil hier haben wir ja gerade sehr viel Stroh. Ich bin gerade am gucken. Ich weiß nicht, wo ich die Felder hinterher baue. Bin ich noch ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich eher dann da hinten. Machen wir mal hier hin. So, weil wir brauchen immer noch Stroh. Das war auch in meinem Stream so. Für die Gebäude hier. Wir haben hier hinten den Stein. Der ist aber auch voll. Da geht nur keiner den abholen. Wir hätten hier unten aber auch Stein, sehe ich gerade. Das wäre... Ne, hier haben wir nur 10 Stein. 10 Stein. Hier ist gar nicht so viel Stein. Das würde sich hier nicht wirklich lohnen. Da hätten wir nochmal ein bisschen Stein. Das sind nochmal 263 Steine und ganz viele Sträucher. Schön ist, die Sträucher müssten eigentlich auch von der Hütte genommen werden, hoffe ich. Moment. Ne, werden sie nicht. Wir nehmen den oberen Bereich. Das ist auch hier. Hier können wir noch eine Sammlerhütte hinbauen, um halt die Bären und so weiter zu sammeln. Jetzt kommt aber ein kleines Problem. Gehen wir mal ein bisschen drüber. Gehen wir mal die Geschwindigkeit wieder ein bisschen hoch, damit es ein bisschen weiter geht. Wir haben in der Sammlerhütte natürlich viele Tars sozusagen zu machen. Und wir haben hier ein Personal von drei Leuten. Aber wenn wir so Haken setzen, dann wird das automatisch besetzt, das Gebäude von irgendjemandem, der wohl gerade frei ist. Den könnte ich auch hier rausschmeißen. Und das wurde dann ein bisschen schwierig, sag ich mal so. Denn wenn wir mal die Bewohner mit der F-Taste aufrufen, die wir haben, wir haben ja zehn Leute, dann sehen wir schon, die zwei haben noch keinen Job sozusagen. Luca und Stefan, die sind noch arbeitslos. Das heißt, diese Kapazität haben wir noch. Wir können die Leute auch doppelt besetzen. Das ging aber nicht so gut auf. Also ich hatte da ein paar Probleme, dass wir nicht richtig vorankommen. Mein Problem war hinterher, ich hatte glaube ich hinterher 36 Bewohner. Aber das Problem ist, ich hatte sehr viele Kleinkinder und die konnten noch nicht arbeiten gehen. Und das Spiel hat das glaube ich noch nicht so richtig drin. Also da gab es so ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich das überwinden kann, wenn man kann. Aber ich sag mal so, die Kleinkinder haben ja die Haare vom Kopf gefressen, aber haben nichts beigetragen dazu. Und ich habe es nicht geschafft, dann neue Siedler wieder reinzubekommen, die auch arbeiten konnten. Weil sobald ein Haus fertig war und Slots frei waren hier, also dass wir hier nicht Obdachlose hatten, wie wir gerade im Fall sind, dann waren da drei Babys sozusagen drin. Und dann ging es irgendwie nicht weiter. Das war mein Problem. Will ich aber versuchen so ein bisschen zu vermeiden, indem ich das jetzt ein bisschen optimaler hier herrichte und dass wir genug Nahrung haben. Ein Problem ist es aber gerade noch und ich muss da mal hier natürlich wieder aktiv werden, dass wir auf jeden Fall hier das Gras auf die höchste Stelle packen. Dann können wir mit Getreide zusammen auf die höchste Stelle packen eigentlich. Machen wir so. Dann können wir nämlich auch was zusammen. Und eigentlich Personal ist da drin. Die schlafen nur gerade. Ich schule die Nacht ein bisschen weiter vor. Dann gehen wir aber nochmal auf fünffache Geschwindigkeit. Denn das ist das Einzige, was wir jetzt brauchen für die Häuser. Das kann ich euch auch raten, wenn ihr Spielspiel guckt, dann Gras ist nach Ästen und so weiter. Dann der nächste Fall, den wir dann für die Häuser benötigen. Auch hier können wir für die Baustelle, glaube ich, noch sagen, da kommt noch jemand rein, der sich da primär beschäftigt. Geht aber eigentlich auch so, wie ihr seht. Die Gebäude werden fertiggestellt. Sehen auch mal ein bisschen anders aus. Und die haben hier zum Beispiel so Strohballen davor. Und hier haben wir auch Verbesserungen. Wir können ja nur eine uns aussuchen. Wir können zum Beispiel sagen, Bonus-Schlaf. Kostet dann mehr Holz. Oder hier kostet Gras. Haben wir gerade nicht so viel von. Für extra Komfort. Oder dass die einen Haustierplatz haben. Kostet ein bisschen Gras. Kann man auch noch dazu klicken. Und ja, dass die dann halt auch da eine Verbesserung haben. Muss man halt schauen, ob man das haben möchte. Ob das einem gefällt. Das werden auch gerade eben weg. Und wir sehen schon, auch das nächste Haus ist hier fertig. Das wird langsam. Und bald haben alle einen Kopf, äh, einen Dach über den Kopf. So rum. Und, ähm, ich versuche gerade in dem Teil, das hier so weit noch fertig zu bekommen. Den Early Play sozusagen. Oder das Early Game. Äh, denn danach geht es dann auch rasant weiter. Mit weiteren Produktionen. Ich glaube, wir schaffen jetzt in der ersten Folge noch auf zwei zu kommen. Naja, das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Das schaffen wir nicht ganz. Das ist eigentlich drehgleich die Geschwindigkeit immer auch viel höher. Ähm, neue Bewohner bekommt man über das Hinterbild, wie du sagst, schon durch Beben. Das dauert ein bisschen. Aber viel später bekommt man, oder nicht viel später, eher früher, kriegt man durch ein Gemeindezentrum, können wir neue, ja, Siedler dazu bekommen. Ne, also das geht dann eben auch, dass natürlich dann welche dazukommen. Weil die Fragen werden wahrscheinlich am Anfang sonst kommen. Wie kriege ich denn neue Bewohner dazu? Einfach Gemeindezentrum anstreben. Das haben wir nämlich dann sozusagen bald. So, hier unten hätten wir dann nochmal ganz viel Stroh. Ich würde sagen, ich baue hier auch nochmal eine Sammlerhütte. Damit ich das ganze Stroh hier unten, oder die ganzen Sachen hier, bewirtschaften kann. Müssen wir mal gucken, dass wir dann die Personen, die oben schon arbeiten in der Sammlerhütte, aufteilen. Das funktioniert. Ne, dann würde ich jetzt sagen, würde ich hier in der Sammlerhütte, da sind noch Leute eingestellt, die schmeißen wir raus. Und ich, ähm, ja gut, ich habe noch gar keinen Platz, das wäre jetzt ein bisschen Quatsch. Aber wir können hier oben zum Beispiel noch, wo es ein bisschen viel zu tun gibt, können wir einfach hier draufklicken. Dann können wir einen auswählen. Wir sehen halt hier die Auslastung. Da sehen wir zum Beispiel, Vincent hat nichts zu tun. Wählen wir aus. Und dann arbeitet er auch hier mit. Wir können auch sagen, das wird automatisch besetzt, falls wir immer drei Leute besetzt haben wollen. Aber das lassen wir noch nicht. Auch hier haben wir Verbesserungen, wie zum Beispiel, dass wir mehr tragen können. Aber grobe Tücher haben wir noch nicht. Wir haben mittlerweile das hier fertiggestellt. Und ich spüre mir gerade vor, weil wir gerade ja Nacht haben. Und hier wird dann eben auch aus Gras, also wir brauchen sehr viel Gras, also Grasfasern, Strohfasern, um, ich sag mal so, den Stoff zu machen, den ersten Stoff, den wir hier haben. Kann man auch alternativ durch Wolle erreichen. Das heißt, wenn wir Schafe hinterher haben, dann können wir das auch dadurch bekommen. Und hinterher auch durch Leder. Das sind aber dann die Klamotten. Dann machen wir aus Leder und den groben Tüchern, die wir aus den ersten beiden Sachen machen. Da stellen wir dann einfache Kleidung her, die uns natürlich einen besseren Schutz gibt. Und auch das war ein bisschen wenig und ich versuche es gerade jetzt in diesem nächsten Save ein bisschen besser zu machen. Ihr könnt übrigens jederzeit natürlich speichern, könnt das benennen, dann jederzeit wieder weitermachen. Hier sind wir wieder so ein Pilze im Wald. Und wir könnten auch noch eine Anglerhütte bauen. Die haben wir nämlich auch noch. Ich weiß gerade nicht, wohin. Vielleicht, ah, hier sind ein paar Fischis. Wir schwimmen halt immer so ein bisschen durch die Gegend. Deswegen könnte es sein, dass wir hier eine Anglerhütte eigentlich noch ganz gut hinbauen können. Gehen wir wieder ein bisschen die Schwierigkeit runter. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier. Und dann haben wir hier so vier Uferstücke, die wir damit abdecken. Und ich würde auch sagen, damit wir das nicht so vernachlässigen, wir machen da auch einen Weg hin. Gucken wir mal so. Oh, dann machen wir einen weiter. Dann machen wir einfach einen geraden Weg. Nie schöner. Dann haben wir hier auch eine Wegverbindung und wir können vielleicht noch ein bisschen Fischis hier bekommen. Hier sind noch ganz viele Bären. Und wie schon gesagt, wir haben Jahreszeiten. Wir haben Jahreszeiten, das auch bedeutet, im Sommer kann das mal ein bisschen dürrer werden. Oder im Winter müssen wir natürlich ein bisschen Proviant da haben. Und die Sträuche haben dann teilweise sogar gar keine Blätter. Das heißt, da muss man sich so ein bisschen eindecken und entsprechend vorbereiten. Auch was Getreide angeht, würde ich jetzt einfach mal hier, glaube ich, ein Feld anlegen. Guck gerade mal. Weil wir haben hier noch das Getreidefeld. Mit dieser Vogelscheuche. Grafik. Mach ich mal davor. Dann nutzen wir das erstmal. Ich würde wie gesagt sagen, wir gehen dann hier hinterher runter für unsere Stadt. Und was wir noch brauchen, ist eine Feuerstelle. Mittlerweile steht es auch da. Wir haben nämlich jetzt, wir müssen noch umbenennen. Ich nenne es mal Tal. Wossi. Wossiken haben wir gestern gehabt. Wossi Village. Village, habe ich es richtig geschrieben? Ah, egal. Abgehakt. Unbenannt. Fertig. So, Handdrehmühle und den Backofen brauchen wir noch und die Feuerstelle. Die Feuerstelle, ich überlege gerade, die ist halt so ein Sammelpunkt, wo wir die hinbauen. Wir können die auch hier unten hinbauen. Ich weiß nicht, ob das hinterher gut aufgeht. Das ist ein bisschen schwierig. Ich werde es einfach mal versuchen. Die Feuerstelle, die bauen wir mal hier hin. Ah. Sollte, hier waren wir unten hin. Das ist so weit weg, wenn ich jetzt hier hin baue. Müssen die alle hier hinlatschen. Aber vielleicht geht das. Wir testen es einfach mal. Ich weiß halt nicht, wir haben halt keinen Einflussbereich zu den Gebäuden. Also ich habe jetzt, ich habe zumindest nicht gesehen, dass wir die Wohngebäude, dass die eine gewisse Nähe, das kennt man vielleicht von anderen Games, eine Nähe brauchen für sowas. Und deswegen mache ich es mal so und ich werde hier unten oder nee, das mache ich nicht hier unten, das mache ich auch da oben. Da werden wir einfach mal die Produktion für die Körner sozusagen haben, für die Getreidekörner. Das mache ich mal, mache ich mal hier oben, da ist noch Platz. Mache ich mal so einen kleinen Platz, wo wir das mahlen können. So, da wird dann halt Mehl gemacht und dann brauchen wir eben noch den einfachen Backofen sozusagen und da wird dann das Mehl zu Broten gebacken. Das mache ich mal, machen wir mal hier hin. Ein bisschen wild gebaut, um es mal zu geben, aber ist einfach mal ein Test, wie die Reichweite halt ist. Weil wir müssten die ganze Karte hinterher bewirtschaften irgendwie. Also auch wenn wir zum Beispiel hinten zur Mine müssen, die ist diesmal ein bisschen näher dran für uns, hier, dann müssen wir ja, da noch was hinstellen und die müssen den ganzen Weg dann immer laufen. Das machen sie aber. In der Regel dauert natürlich ein bisschen, bis sie das erreichen. So, das versuche ich noch abzuhaken auf jeden Fall. Also ich drehe mal die Geschwindigkeit noch ein bisschen höher, auf 20, machen wir mal 50 Prozent, damit die da rüber gehen. Und wir gehen gleich in den Sommer rein. Also ich glaube noch einen Tag haben wir und dann haben wir Sommer. Das heißt auch die Ernte und so weiter und auch das Verhalten von Tieren, das verändert sich so ein bisschen. Glückwunsch, Worsi Village hat die Stufe 2 erreicht. Hey, das haben wir sogar noch geschafft, jetzt im ersten Teil vom Let's Play. Die Stufe 2 haben wir erreicht. Ich spule noch die Nacht zu Ende und dann gehe ich mal auf einfache Geschwindigkeit. Und da haben wir jetzt nämlich neue Optionen. Und das so genau, bevor wir das Essen bereitgestellt haben. Funktioniert nämlich so das Ganze, wenn wir jetzt mit F nochmal uns die Statistik hier anschauen, damit wir darauf wieder einmal eingehen im ersten Teil, dann haben wir hier so eine Art, ja, Punkte, die man erfüllen kann. Also Bedürfnisse heißen sie. Ich klicke mal hier die Valley an. Das ist auch ein Bewohner. Können wir ein bisschen auch hier verfolgen. Okay, ist ein Typ. Alles klar. Und der hat ja seine Bedürfnisse, habe ich schon gezeigt. Und nicht seine Bedürfnisse, sondern sein Wohlbefinden sozusagen. Und hier sind die Bedürfnisse. Und wir haben 80% dafür erfüllt. Wir müssen das noch decken für ihn. Das sind halt Kleidung, also die einfachen Tücher. Und wenn das auch noch erfüllt ist, dann steigt er auch auf oder ist halt qualifiziert für die nächsten Bedürfnisse. Allerdings haben wir schon mit zwei Bewohnern das erreicht. Die haben halt die Tücher bekommen. Die ersten zwei Tücher, die wir fertiggestellt haben sozusagen. Und die sind so happy, dass die dann sagen, jo, cool, du bist auf Stufe 2. Und jetzt haben wir natürlich noch weitere Bedürfnisse, die wir decken müssen auf Stufe 2. Und dann würden wir auf 3 kommen. Und so geht das halt immer weiter bis Stufe 5. Bis zu 3 bin ich ein bisschen gekommen. Gestern im Stream. Und hier haben wir ein bisschen noch mal ein paar Effekte. Das mit den genetischen Effekten, das habe ich noch nicht verstanden, was das ist. Ob das mit der Erbreihenfolge irgendwie ist oder ob jeder andere Möglichkeiten hat. Nur hier haben wir die positiv und negativ die gleichen. Ach nee, wenn ich es richtig sehe. Ich denke mal, beide werden gezählt, aber die können auch doppelt vorkommen. Weil wir haben hier zum Beispiel Sprinten plus Renngeschwindigkeit. Und hier haben wir Laufen und Renngeschwindigkeit auf Langsam wiederum. Dadurch ergeben sich dann, glaube ich, hier die Werte wie 0,4 auf Laufen oder auf Rennen 2,3. Also die unterschiedliche Geschwindigkeit. Und die werden dann wohl weiter vererbt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich habe aber bei den Babys sozusagen noch nicht gesehen, von wem das Kind ist. Also da fehlte mir noch so ein bisschen Information. Aber ich glaube, so ist es halt gedacht, dass wir ja genetische Effekte von den einzelnen Bewohnern weiter vererben können, die sich halt hier auf Gesundheit etc., Kälteresistenz, alles mögliche hier auswirken. Die aber positiv und negativ sein können. Also man kann auch mal, glaube ich, das Gleiche positiv und negativ haben. Keine Ahnung, ob das sich dann irgendwie ausklammert sozusagen hinterher. Und ja, wenn wir es halt so machen, auch mit der Arbeitsverteilung, wir sehen auch hier in der ganzen Übersicht, da haben wir überall, jeder hat einen Job. Also jeder ist irgendwie beschäftigt. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil wir brauchen auf jeden Fall mehr Bewohner, um unser größeres Dorf zu bewirtschaften. Eine Sache noch, die ich auch am Ende zeigen will, auch nochmal hier eine Übersicht. Wir haben einmal hier eine Lagerübersicht, die wir uns anzeigen lassen können. Und wir haben sogenannte Zählungen. Und die sind sehr interessant, weil ich habe ja am Anfang das Video schon gesagt, alles ist simuliert. Also jedes Wesen sozusagen. Und wenn ich auch mal hier zum Beispiel die Schafe suche, das sind wilde Schafe, die können wir natürlich später auch zähmen. Und auch diese Schafe haben hier diese Übersicht mit Nahrung, ob sie dünn sind in dem Fall. Also diesmal sind sie dünn, die haben noch nicht so viel Nahrung bekommen, schläfrig sind. Das ist eine ganze Herde an Schafen. Wir haben ein Leittier und sie leben in der Natur. Wenn wir dann hinterher eine Scheune haben, würden sie in der Scheune wohnen. Das schaffen wir dann im nächsten Teil, zeige ich euch das. Und hier Temperatur angenehm, HP, Bedürfnisse haben die hier auch, hat aber irgendwie keinen Einfluss auf uns natürlich. Und hier haben wir auch noch Effekte, wie schnell die sind. Auch die haben so eine genetische Erbfolge. Und hier ist es zum Beispiel so, dass wir sehen, wir haben eine unheimlich hohe Population an Rothirsch auf der Karte. Über 100 Stück. Wir haben auch hier Ratten zum Beispiel, die gerade hier im Wachstum sind. Also da die Population auch hoch. Und das ist so ein bisschen wie bei, falls ihr das Spiel kennt, Eko, sag ich mal so, wir wirken halt wirklich auf die Karte uns aus. Wenn wir alles ausrotten wollen, dann werden sie, oder werden, wird jagt, dann würden wir keine Tiere mehr anfinden wahrscheinlich. Wir unten zum Beispiel als Mensch sind sehr weit unten, genauso wie der Fuchs oder der Grauwolf. Da gibt es nur ganz wenig Exemplare. Ich glaube gerade mal so zehn Stück oder so vielleicht auf der ganzen Karte. Auch Katzen wachsen müssen. Und wir werden auch im Laufe des Spiels sehen, wenn zum Beispiel der Winter kommt, dass dann zum Beispiel die Population von gewissen Tieren, die sich nicht so vor der Kälte schützen können, zum Beispiel die Feldhasen-Population, die sackt dann absolut in den Keller ab, erholt sich aber dann wieder im Frühjahr. Weil Hasen sind fleißig, was für mehreren angeht. Und das wird die ganze Zeit immer so hoch und runter gehen. Und wie gesagt, wenn wir dann hinter auf die Jagd gehen und die Rothirsche jagen, dann wird das natürlich auch runtergehen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also es macht wirklich richtig Spaß. Also ich finde das Spiel mega cool. Wir müssen wie gesagt mal gucken, ob ich diesmal ein bisschen was mehr mache, weil als kleiner Tipp oder so, ich habe das nämlich am Anfang nicht so richtig berücksichtigt mit den Arbeitsverteilungen und das wurde nichts fertig. Also ihr müsst da auch ein bisschen selber gucken, auch hier so von der Verteilung, wie ist das hier so gemacht von Bäumen, von Stöcken. Ich finde auch, der Forstplatz hier ist hier deutlich besser. Vorher habe ich hier unten auf der Karte einfach das genommen. Das hat sich dann hinterher nicht mehr ausgezahlt. Außerdem auch einfach mal mehrere bauen und vielleicht mal einen kurz pausieren etc. So, aber das sollte für den ersten Teil reichen. Morgen wollte ich schon sagen, ja morgen kommt der zweite Teil glaube ich auch direkt raus. Da werden wir weitermachen, weil wir haben ja jetzt durch die Stufe 2 neue Sachen freigestellt. Wir haben die Jagdhütte, wir haben den einfachen Stall, wir haben den Ziehbrunnen, wir haben die Töpferei, wir haben die offene Molkerei, wir haben kleine Hütten, also richtige größere Wohnhäuser, das Gemeindezentrum, was wir unbedingt haben wollen, eine Abbordgrube, also eine Auffordgrube sozusagen. Dann hatten wir noch ein Zunfthaus, das ist aber noch nicht freigegeben. Kommt glaube ich noch. So, hier haben wir ja jetzt keine weiteren Sachen, das bleibt immer gleich. Ja, und da können wir dann morgen, also in der nächsten Folge, mal gucken, wie wir weiter bauen. Noch geht es unseren Bewohnern gut und ich bin mal gespannt, ob das auch so anhält. Also euch vielen Dank für's Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns auch im zweiten Teil wieder. Also bis bald.